Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mounted Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der 107. Folge immer noch am 11.05.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es dir immer ein herzliches Dankeschön und zwar geht es diesmal an die Ehrenpfeife. Die Ehrenpfeife hat nämlich einen coolen Namen und hat am 23.07.2022 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummero 931. Ehrenpfeife verschwindet jetzt aber lieber. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr denn auch in dieser Liste der öffentlich sichtbaren Abos landet, guckt doch einfach mal in meinen Veröffentlichungsplan. In meinem Veröffentlichungsplan gibt es auch einen Reiter, der nennt sich öffentliche Abos und ganz oben in den ersten Spalten habe ich euch schon von einer ganzen Weile mal von Google-YouTube selbst einen Hilfetext verlinkt, wo ihr genau nachlesen könnt, wie ihr eure Abos privatisieren könnt oder aber auch auf öffentlich schalten könnt. So, lange Vorrede, großer Sinn. Die sind kurz davor. Achso, Moment, auf die Allgemeinlage gehen wir mal ein, ja. Allgemeinlage, es ist ein Friedensangebot vom westlichen Imperium, denn unsere Kriegsunterstützung, Friedensunterstützung liegt nur bei 4%. Das heißt, der kommt zu uns und will uns jetzt ein Tribut anbieten, der aber, wenn wir ehrlich sind, läppisch ist. Dann, sie haben es geschafft, die zweite Armee zu vernichten. Sie haben es geschafft, Burg Sesterdaim zurückzuerobern, obwohl, das kann ich auch hier euch zeigen. Da. Ist vor ein paar In-Game-Tagen passiert. Zeitgleich an dem Tag, wo wir Onika geholt haben. Ne, Quatsch. Stimmt gar nicht. Einen Tag vorher. Und Milos ist jetzt gerade dabei, wieder Onika zu belagern. Und. Ich bin so eine arme Sau, was Einflusspunkte angeht. Obwohl, die sind doch schlimmer dran. Aber egal. Die sind kurz davor, einen Katapult zu bauen. Wir sind aber auch kurz davor, den Turm hier zu bauen, den zweiten. In der Hoffnung, dass das jetzt hier noch lang genug anhält, will ich das noch durchziehen. Wir machen Katapult wieder platt, hoffentlich. Sehr schön. Und damit würde ich jetzt den Angriff fragen wollen. Allerdings. Will Alea nochmals gehen. Ah, Mist. Präzision von Mangonellen und Blieden bei Belagerungsbeschuss. Was natürlich genau das Thema ist, was wir gerne machen. Alternativ von Ballisten. Näh. Das. Gut, haben wir dann für die Zukunft. Sie ist gerade mal Level 10, ne? Und ein Ass, was das hier angeht. Die nächsten Fokuspunkte und alles gehen dann bei je auf die normalen Kampfwerte. Gut, dann heißt es nochmal speichern. Weil ich bin gar nicht so sicher, ob wir das wirklich schaffen. Wir kennen das Problem mit 800 Verteidigern, ne? Wir kennen es leider. Aber letztes Mal, wo wir 800 Verteidiger hatten, war es in Poros. Und da war einfach eine ganze westliche Imperiumsarmee drin. Jetzt ist es größtenteils eine Garnison. Mit fucking vielen Bohnenschützen und wenig Rekruten. Und Milizen ohne Ende. Wo aber auch 150 Bohnenschützen dabei sind. Und halt zwei kleinere Trupps. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Zumal ist es das erste Mal, dass wir diese Stadt belagern. Äh. Mit einem riesen Aquädukt dazu? What? Wie geil ist das denn bitte? Oh. Oh. Ach, es fängt wieder an. Ja, okay. Äh. Okay, Turm 1 müsste auf jeden Fall hier ran, denke ich. Turm 2. Ah, hier. Oh, cool. Cool. Und die Blede hier, die, äh, ja, die wird ihren Spaß haben. Oben auf den Mauern. Die Blede. Hat auch einen relativ guten Winkel. Und die. Naja, und die. Naja, die sind halt dazu da, um einfach noch ein bisschen Stump zu machen. Ich würde es cool finden, wenn sie einfach das Tor aufschießen. Will ich das selbst probieren? Überlebe ich das? Die hier hat eigentlich den besten Schusswinkel, ist aber am nächsten dran. Da werden wir noch mit beschossen. Ah, hier sind wir ein bisschen mehr in Deckung. Aber der Winkel ist scheiße. Ja, komm, ich habe eh gespeichert. Ich probiere es mal. Alles automatisieren. Bremsen. Absteigen. Was mir ran da denn, er will ja. Äh, ich muss hier wieder ran, ne? Ne, hier muss ich ran. Ey. Jungs. Ich mache das. Ich sehe nichts. Ähm. Gut. Ich habe hier falsch gestanden. Lass mich mal. Danke. Hier ging es zu weit rechts und nach oben. Also. Sobald hier mal Munition drin liegt. Achso. Wir müssen jetzt noch ziehen. Äh. Warum läuft der Turm jetzt hier links lang? Ach, nö. Okay. So. Weiter runter und links. Bin gespannt, wo das landet. Oh ja, die Wahrscheinlichkeit ist da. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir das Tor ausschießen können. Weil ohne Rambock ist ein bisschen doof, ne? Andererseits sehe ich oben rechts sehr gute Zahlen für uns. Im Moment zumindest. Und ich werde hier hinten nicht beschossen. Ich kann hier erstmal in Ruhe mich probieren. Ein Stück nach rechts hier lenkt. Weiter tiefer kann ich nicht zielen. Und. Mach's gut, Betty. Der geht, glaube ich, nicht tief genug. Ich glaube, der geht nicht tief genug. Dann vielleicht doch versuchen, oben die Mauern leer zu schießen. Ein Schuss noch. Und dann lasse ich euch machen wieder. Ja? Ist mein Pferd noch da? Ja, gut. Ich würde es so gut finden, wenn wir da einfach das Tor aufschießen. Junge, willst du noch drei Ehrenrunden drehen oder einfach mal den verdammten Stein da reinlegen? Danke. Ah, gut. Lass mal das. Aber wo zum Geier schickt der jetzt die Türme hin? Nochmal links vom Tor, oder wie? Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass hier, da an der Ecke. Aber hier ist es so, zu uneben, wa? Ah, okay. Na gut. Ist aber auch ein kleiner Hexenkessel hier, wa? Ein kleiner Todeskessel. Jippie. Berittener Bumschütze schießt einen Kavaleristen von der Mauer. Hä? Alter, ist das verwinkelt hier. Junge, Junge. Das wird nicht gut gehen. Sag der und tötet die Banken. Wow. Was ist los mit mir? Warum kriege ich das sonst nicht so hin? Jippie. Der Nächster, bitte. Ah, ja. Ein Fian sogar. Oh, komm schon. Ja, es ist ein Fian. Ja. Hi. Tschüss. Hi. Sag mal, wie viele seid ihr denn da drinne? Frag nur für einen Freund. Noch jemand? Ne? Kommt der da vielleicht? Ah, verdammt. Ah, verdammt. Munitionsverschwendung. Ah, Jungs, ihr müsstet schon auch... Achso, ihr habt auf Verstärkung gewartet, okay. Kann ich verstehen. Geht mir manchmal auch so. Nein. Geht doch. Hey, schon wieder, wa? So. Nein. Hehehehehe. Das sind aber kleine Arschgeigen, ey. Jetzt hört doch mal auf. Ich sehe nichts. Ah. So. Jo. 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 Ach, Mist. Der letzte Pfeil war das. Ob ein Schuss mit der Bliede da rein, die alle umhauen würde? Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, Mist. Oh, Mist. Haben wir einen Bogenschützenkorb hier. Wir haben gar nichts am Bogenschützen. Euer Ernst? Uff. Äh. Oh, gut. Ich glaube, dann gehe ich nochmal an die Bliede ran. Ah, hotte hü. Geh zur Seite. So. Hier steht übrigens noch ein Banner von uns rum. Will das keiner aufheben? So. Lass mich jetzt wieder. Äh. Wo haben wir die hingeschossen? Aber ich versuche jetzt gezielt auf die Mauer rechts von unserem rechten Turm zu ballern. Boah. Wir kriegen den Beschuss ab. Verdammt. Das wird nur echt schwierig, genau oben den Mauerkamm zu erwischen, ne? Mal weiter rüber, weiter rüber. Noch ein Stück. So. Und Daumen drücken. Zu hoch. Nun, kurbelt, Jungs. Kurbelt. Hallo? Geht doch. Ist mein Pferd gerade? Verdammt. Wir sprechen uns später wieder. Boah. Ich kriege ja noch ein Headshot. Ich sehe schon, komm. Ein bisschen tiefer zielen. Und? Daumen drücken. Boah. Oh, komm schon. Das war voll die Zinne. Warum ist nicht wenigstens die Zinne zerbrochen, ey? Ah. Das hätte ordentlich Platz gemacht da oben. Shit. Ich sehe gerade unsere Truppenverhältnisse. Ich glaube, wir verlieren das Ding. Ein bisschen nach rechts gezielt. Und wir hoffen, dass ich jetzt einen ordentlichen Volltreffer lande. Au. Wow. Wirklich einen. Wirklich. Ich habe keinen Spaß mehr. Aua. Mann. So. Männer, mir nach. Ich werde gleich so sterben. Ich werde gleich so sterben. Wir haben einfach nichts. Ah, shit. Das sind Bunkenschützen. Fokus war ja da auf die rechte Seite. Oh, die werden einfach runtergeschubst, ne? Ähm. Kann ich das Banner mal wieder weglegen? Geht das irgendwie? Ja. Gut. Ich hätte nämlich gerne wieder ein Schild in der Hand. Ähm. Jetzt ist mein Schwert weg. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Kann ich die eigentlich aufheben, die Steine und zurückschmeißen? Nee. Ich habe kein Schwert mehr. Das ist doch jetzt nicht... Nein. Oh. 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 Ah, okay. Das sieht schon mal gut aus. Bogenschützen, macht eure Arbeit, bitte. Was soll ich jetzt ohne Schwert machen? Es liegt doch einfach mal keins hier rum. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da liegt ein Pfeil. Toll. Vielleicht mal anklopfen. Vielleicht hilft das. Oh. Nee, okay. Äh. Nee, da gehe ich schon mal nicht hin. Ich, ich, ich. Wie diesen Scheiß-Banner. Das sollte Spaß sein. Das schmeißt ja sein Schwert weg, der Idiot. Jungs, war das euer Problem? Warum geht ihr nicht alle da hoch? Oh, warte mal. Wir haben die Mauer. Ich sehe bloß gerade das Kräfteverhältnis nicht, weil meine Kamera, die ich hier in den normalen Let's Places habe, nicht... Äh, die habe ich jetzt hier nicht mit drin, die Kamera, aber die ist gerade da drüber, über das Kräfteverhältnis. Hier hängt nämlich oben am Monitor dran. Ach, Mist. Wir kommen nicht komplett rein, wa? Scheibenkleister. Hallo. Guten Tag. Ach, du Heilige. Sind das noch viele da unten? Nicht runterschubsen. Gut. Soviel dazu. Ja, sie sind in der Überzahl. Verdammt. Dann könnte es eventuell wirkungsvoller sein, wenn wir nicht Türmchen bauen, sondern Preschen schießen. Vor allem, weil ich mir das angucke. Sondern die stehen da, Schlange, gehen nicht richtig hoch und links der Turm, der wird einfach ignoriert. Obwohl, mittlerweile sind sie nicht mehr so hart in der Überzahl. Wir sind auf der Mauer drauf, immerhin. Ja. Kriegen wir auch noch Verstärkung? Seht schlecht aus. Sobald die Bogenschützen haben sich auch wieder zurückgezogen. Warte mal, wir sind drauf. Oh mein Gott, wir gewinnen das noch. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und ganz zum Schluss haben sie noch den linken Turm genutzt. Wir haben es tatsächlich gewonnen. Aber 500 Verluste hier gemacht. Autschi. Aber ihre letzte Stadt geholt. Oh, ich hatte mal eine größere Truppe. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? 39 Verteidiger. Hier. Äh. Auswahl löschen? Ne. Moment. Ich darf doch gar nicht. Ähm. 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 Hier ist alles gesperrt. Warte mal. Können wir irgendwas nehmen, was nicht imperial ist? Jetzt ist alles gesperrt. Hier. Warte. Der eine da. Der schafft das alleine. Nicht. Ähm. Sturgeer. Äh. Milizen. Aber ne. Es sind halt nur Milizen. Wir dürfen nur 19 Mann reinführen. Das ist ein bisschen schade, ne? Es sind 39 Verteidiger wohlbemerkt, ne? Äh. Abbruch. Einfach so. Und hier viel Spaß. Nochmal ein Toter. Natürlich. Fertig. Hab die Truppe wieder voll. Und Gefangene. Moment mal. Die, die überlebt haben. Achso. Ja. Das sind alle Elite. Ich würde gerade sagen. Keiner von denen gelevelt. Aber ja. Klar. Alle Elite. Ja. 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 Wow. Wirklich. Ein einziges Pferd. Die letzte Hochburg vom westlichen Imperium. Und es gibt nur ein einziges verkacktes Pferd. Entschuldige meine Ausdrucksweise. Aber ich fühle mich manchmal echt verarscht. Ich hatte gerade 37% der Beute. Betonung liegt anscheinend auf Hatte. Weil wir haben kein Aber schützen. Mist. Das hätte ich bei Alea machen können. Ja. Das hätte ich bei Alea machen können. Und sie dann zu Karagor Bittersud dazu stellen. Statt sie in die Infanterie zu stellen. Andererseits wäre das noch ein Pferd mehr gewesen. Äh. Noch ein Skilltree mehr gewesen. Den sie hätte skinen müssen. Aber gut. Mittlerweile. Hä. Baumeister hat sie ja mittlerweile voll. Shit. Ich meine noch ist nicht zu spät. Ah. Großer Sack mit Bolzen. Habt ihr denn noch eine Armbrust irgendwo hier rumliegen? Nö. Nö. Natürlich nicht. Die müssen wir wieder kaufen. Natürlich. Besseres Schild für sie. Nicht wirklich. Trefferpunkte. Ja. Obwohl. Warte mal. Das Ding ist einfach bloß langsamer. Und nur minimal. Deckt aber weniger vom Körper ab. Mhm. Denn wenn sie jetzt auf Armbrust geht. Hat sie ihren großen Bereich immer gedeckt. Wenn sie sich bückt zum Nachladen. So. Wir zeigen natürlich die Nader. Wir gehen jetzt erst mal gucken nach einer Armbrust für sie. Oh. Eine einfache Leichte. Ah. Nicht ich. Warte kurz. Na. So. Hier. Eine einfache Leichte. Besser als nix. Ja. Es gibt ja auch den einen oder anderen Skill in Armbrust. Der gut ist für Baukunst und andersrum. Warte mal. Was? Ich. Nein. Ich hab 42. Ich würd grad sagen. Warum zahl ich jetzt für eine leichte Armbrust 65.000? Aber gut. Wenn man versehentlich einen ganzen Stapel kauft. Dann ist das natürlich schon mal ouchi. Äh. Ja. Die Standarte hier draus. Essenstechnisch sieht es erstmal okay aus. Ich werde wegen der Pferde dann in Ibikotea gucken gehen. Wenn ich da bin. Äh. Hier nix. Hier nix. Hier auch. Warum hab ich den eigentlich die ganze Zeit hier drin? Den wollte ich ursprünglich glaub ich dem Karagor geben. Aber er hat mittlerweile einen besseren. Also geht er wieder raus. Gut. Ah. So. Ja. Ich hätte die auch alle wegrekrutieren können. Aber die erstmal mit mir rumschleppen. Ist auch wieder so mühselig. Sonst war niemand in der Taverne drin. Schade. Ein Fest gibt es auch nicht. Dann noch Garnison. Jetzt geht der Spaß wieder los. Alter Schwede. Und ja. Ich weiß. Ich skillle gerade hier teilweise welche. Die eigentlich. Ach guck mal. Einer schau. Äh. Die eigentlich Garnison sind. Aber lieber stelle ich jetzt in die Garnison ein paar bessere rein. Als um was anderes zu machen. Ach du Heilige. Oh. Oh warte mal. Hey. Wir haben den nächsten Clanrang erreicht. Nee warte. Das stimmt hier nicht. Ich hätte bloß 15 mehr bekommen sollen. Oder? Von 166 oder 167. 15 oben drauf. Ich hab aber wie doppelt so viel bekommen. Oh. Na gut. Wir hauen erstmal alles hier rein. Was Söldner und Plünderer ist. Und Händler. Miliz. Und nicht Imperial. Ach du Heilige. Leute. Ich glaube ich pausiere hier mal kurz. Das wird jetzt ein Fallchen dauern. Ich denke das will auch keiner sehen. Ich bin gleich wieder da. Und dann kriege ich dir nochmal 10 Minuten Gameplay. So liebe Leute. Da bin ich wieder. Ich sind jetzt 148 Verteidiger geworden. Und das ist komplett alles nur etwas was ich nicht in meiner Armee mit mir führen wollen würde. Und hier steht immer noch 232. Hä? Zusätzliche Truppengröße für jeden Trupp des Clans plus 15. Und das ist ja pro Stufe eigentlich. Aber irgendwas hat dann nochmal doppelt oben rauf gerechnet. Mehr als doppelt. Hä? Kann ich das irgendwie hier erkennen? Wenn ich hier Alt drücke? Nee. Achso steht ja schon da. Grundgröße 20. Hordenführer 10. Aditsgefolge 40. Ach das ist ein Gesetz. Das ist ein Gesetz. Weil wir jetzt Clan Stufe 5 haben. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Gesetze. Aditsgefolge. Ja. Hier. Das knallt nochmal so ordentlich rein. Sehr geil. Also im Endeffekt jetzt 55 Truppen mehr als vorher. Das ist geil. Okay. Ich würde sagen jetzt sind wir jetzt mal fertig. und jetzt bin ich gerne bereit über Frieden zu sprechen. Schon mal besser. Und Unterstützung ist auch höher. Ich biete es nicht an, sondern ich nehme das Angebot an. Oh was? Nein. Nein. Nehme ich nicht. Ich will ablehnen. Willst du mich verarschen? Wir sollen Tribut sein? Nee. Ich will das nicht. Ach mit Escape kann ich es ablehnen. Okay. Nö. 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 So nicht Freundchen. Ich hatte mal 1000 Mann. Äh. Jetzt geht es natürlich um den Besitz von Zeonika. Hä? Nein. Jetzt wollen die Frieden. Nein. Ach ihr seid doch dumm. Warum sollen wir... Weil sie 26 Raubzüge gemacht haben. Ja. Ist ja auch so ehrenvoll. Ach Penton. Was soll denn der Bums? Wer hätten sie jetzt vernichten können? Oh. Toll. Toll. Ich werde nicht mal vorgeschlagen. Toll. Ich bin grad bockig ey. Mann. Aber gut. Es ist der lang ersehnte Frieden. Den ich wirklich lange gewartet habe. Der es hoffentlich eine Weile anhält. Oh Gott. 3%. Ja. Natürlich. Da haben wir ja auch so voll die Stärke für. Oh. Ja. Die Unterstützung ist natürlich so hoch aufgrund der Tatsache. Dass die... Grad mit denen Asserei gleichzeitig Krieg haben. Ich glaube ich mache einen direkten Weg nach Hause. In der Hoffnung. Ich klopfe mal lieber auf Holz. Dass nicht jetzt die nächste Kriegserklärung kommt. Und wenn wir dann zu Hause sind. Räumen wir endlich mal die Garnison richtig auf. Denn... Resos. Burg Resos ist fast beim Maximum. Und... Epikrotea ist ziemlich unordentlich. Also da sind... Ist ein wilder Haufen so an sich drinnen an Truppen. Und nicht so unbedingt schön durchsortiert imperiale Truppen. Aber gut. Wenn ich jetzt alleine einen Trupp von über 230 Mann zustande kriege. Dann bin ich ja schon eigentlich an sich einer Armee. Und ich denke es wird auch so langsam aber sicher Zeit. Dass wir auch einen weiteren Trupp einführen. Der zu unserem Clan gehört. Hauptproblem bei der Tatsache ist aber... Wenn ein Krieg ausbricht. Muss ich eigentlich schon sofort meine Leute rufen. Ansonsten landen die automatisch irgendwo in einer anderen Armee von unseren Leuten. Und da habe ich keine Handhabe dann drüber. Da werden die dann zu schnell vernichtet. Das ist immer ärgerlich wenn du denen vorher Truppen ohne Ende gibst. In der vorigen Staffel hatten wir auch so ein Phänomen. Da hatte ich meinen Bruder. Dem hatte ich irgendwie 50 Elite-Reiter in die Hand gedrückt. Und ein paar Ingame-Stunden später schmeißt der 25 davon wieder raus. Weil er sich die nicht leisten kann. So. Moment. Trupps. Ja. Ihr seht es hier. Rand voll das Ding. Die wiederum nicht. Und hier muss auch mal dringend aufgeräumt werden. Ich denke wir werden es mal so machen. Ich gehe jetzt erstmal... Da hin. Wie sieht es denn hier überhaupt mit der Sicherheit aus und so? Treue leicht im Wachstum. Sicherheit im Minus. Ja. Die brauchen definitiv mehr. Ich habe auch noch gar keinen Stadthalter für die. Ja. Gut. Dann. Machen wir da einen Stop. Diese blöden Bruderschaften und alles, ey. Ach. Warte mal. Der fällt mir ein. Clan. Mitglieder. Äh. Sonniob. Ach, guck mal. Kara ist schon direkt hingegangen. Nach Epikothea. Dann sagen wir jetzt noch Hekaran und Null, dass die auch dahin marschieren sollen. Hier einmal Null. Jo. Und einmal Hekaran. Jo. Dauert wieder ein paar Ingame-Tage, aber ist okay. Ja, ja. Ich weiß, dass sie da ist. Stadtverwaltung. Es wurde einfach mal nichts gebaut. Die ganze Zeit über. Schön. Vor allem schön blöd. Äh. Bonus auf Bauen ein, sondern dann lieber Schnelligkeit im Bau. Oder Milizplatz. Nee. Ja. Steuern wäre auch nicht verkehrt, aber... Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden mit den Steuernahmen von Epikothea. Vor allem, weil es so lange nicht belagert wurde. Ich klopfe mal wieder auf Holz. Dadurch ist der Wohlstand nicht gesunken. Und was machen wir jetzt da? Äh. Dinge. Und was genau? Viele. Und warum? Weil. Testung. Gar nicht so ein Verwalten. Ach, leck mich doch. So. Weil jetzt räume ich auf. Es muss sein, Leute. Es muss sein. Auch wenn die Triaria hier eigentlich super reinpassen würden als imperiale Truppen. Aber es sind halt keine regulären imperialen Truppen. Außerdem, das alles hier sind teure Söldner. Unnötig teure dafür, dass... Wenn ich mir jetzt den Puppenspieler Level 4 angucke, Rang 4 angucke und stattdessen mir den hier angucke, der hat auch Lohn 8, aber deutlich bessere Werte. Äh... Jut-Armbusschützen können sehr gerne drinbleiben als Verteidiger. Das sind Angehörte nur. Ein paar Fianz, meine Palastwachen, sturgische Usaiten-Händler. Ich muss vor allem hier wieder runterkommen, ne? Vielleicht nehme ich mir selbst einfach noch ein bisschen meine eigene Kavallerie wieder mit als, äh, Eskorte. Jut, reguläre fremde Armbrusschützen. Ich glaube, die lasse ich mal drin, oder? Könnte ich aber auch gleich Fianz drin lassen. Ne, komm, dann... Ich räume jetzt richtig auf. Es sind halt meine Leute hier. Also musste auch mal richtig aufgeräumt werden. Äh, Vorreiter raus. Kosaiden, Kosaiden, genannte Schwestern, Waldbanditen, Banditen, sturgische... Boah, ja, 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 ja. Aber hey, 50 Legionäre jetzt so dadurch. Jut, die meisten davon waren meine. Warum genau mache ich das jetzt, liebe Leute? Zum einen erhoffe ich mir damit eine noch bessere Sicherheitswertung. Allerdings habe ich jetzt dummerweise vergessen nachzugucken, wie die jetzt vorher stand hier. Und zum anderen will ich mir damit teuren, unnötigen Sold ersparen. So, und als dritter Punkt, jetzt ist es hier ein bisschen übersichtlicher. Jetzt fehlen hier natürlich noch... Äh, nicht fehlen, sondern sind noch zu viele drin. Dann nehme ich erstmal unsere Butchellarius mit. Und den Platz haben wir saved noch für die Kavallerie. So. Das wiederum heißt jetzt auch... Ah, genau, ist schon automatisch gesperrt. Sehr schön. Okay. Hey, wir sind unter Säul. Sehr gut. Es ist alles imperial. Und nichts mehr Söldner. Frage für den Freund. Ja. Die bringen wir jetzt in die frischen Eroberungen. Kann ich eigentlich von hier aus sehen? Ja, hier, Verteidiger. Die mit dem wenigsten. Dass ich da immer so 20, 30 mit rein spende oder sogar mehr. Müsste mal mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal... Naja. 100 Mann kann ich vielleicht spenden. Aber Torios, Garos, Gersigos... Ach, Gersigos, das ist ja gleich ums Eck hier. Auch wichtig für meine Schmiede. Dann bringen wir das zuerst nach Gersigos. Okay. So ums Eck ist es doch nicht. Aber egal. Und ich kriege dann dadurch auch wieder Einflusspunkte zurück. Junge, wieso gehst du nicht über die Brücke? Wirst du das nicht schneller gehen? Wegen Geschwindigkeitsabzug bei Flussengen? Äh, Flussüberquerung? Obwohl, ich glaube, das ist gleich schnell. Flussüberquerung und Brücke. Kann mich auch täuschen. So, was machen wir hier eigentlich am Tag? Läppische 2,4. Als Kaiser hatten wir 9, irgendwas, ne? Durch die Gesetzesänderungen. Wir wollen eintreten. Und natürlich wollen wir auch spenden. Mal kommen, leveln wir die nochmal auf. Ich meine, wozu habe ich eine halbe Mille auf Konto? Braucht nicht mehr zu gucken. 235 passen rein. So. So. Und die zwei hier noch. Das sind wieder meine. Was? Ich hau hier einen Minitrupp rein. Und es gibt läppische 26 Einflusspunkte. Uff. Alles klar. So, dann gehen wir mal in Resos gucken. Aber, liebe Leute, wie ich gerade sehe. Das machen wir nächste Folge. Ist schon wieder vorbei. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.